Thema Backup Recovery. Wie werden Daten auf Azure gesichert und wiederhergestellt? Da kommen wir auch wieder zurück zur Shared Responsibility. Wenn ich nichts tue, dann gibt es in den meisten Fällen kein Backup. Was nicht heißt, dass es keins geben kann, aber ich muss etwas dafür tun. Und es ist so, dass ein großer Teil der Azure Services, beispielsweise VMs als Infrastructure-as-a-Service oder Web-Apps, Datenbanken als Pass-Dienste, also Plattform-as-a-Service, die bieten mir im Regelfall schon einen Backup-Mechanismus, der irgendwo damit eingebacken ist. Aber das Problem ist, dass die für den jeweiligen Service anders sind. Das heißt, jeder Service, den ich in Azure buchen kann, und das ist eine dreistellige Zahl mittlerweile, hat seinen eigenen Backup-Mechanismus, hat seinen eigenen Recovery-Mechanismus, hat auch eigene Regeln, nach denen ich wiederherstellen kann, beispielsweise. Ein Beispiel zu geben, bei einer Datenbank, beispielsweise bei einer Azure SQL-Datenbank, kann ich eine sogenannte Point-in-Time-Recovery benutzen. Da kann ich im Sekundentakt sagen, ich brauche die Sicherung von gestern 15.23 und 45 Sekunden. Bei anderen Services geht das nur tageweise, stundenweise, minutenweise. Also sehr unterschiedlich. Und dann habe ich natürlich immer nur eine begrenzte Backup-Vorhaltezeit. Und spätestens, wenn ich mir Gedanken darüber machen möchte oder muss, was passiert denn, wenn das Datacenter, in dem meine Daten und das Backup stehen, bei Microsoft beispielsweise, in ernsthafte Schwierigkeiten kommt, oder wenn ich einfach eine vereinheitlichte Plattform brauche, die mir dieses gesamte Backup aller Cloud-Ressourcen, und dazu gehört ja nicht nur Azure, dazu gehört vielleicht auch Office 365, also Mailboxen, die hier in einem Exchange Online liegen haben zum Beispiel. Alles das vereinheitlicht betrachten möchte, dann können wir natürlich dort unterstützen mit unserem Backup Simple. Das wird das Wort, das wir anbieten, Backup Simple, genau. Das Backup Simple ist im Prinzip ein Managed Service, das heißt, wir betreuen, betreiben, verwalten, unterstützen auch im Prinzip den gesamten Backup-Apparat des Kunden. Als Technologie kommt dort Comvort zum Einsatz. Das ist im Prinzip eine extrem ausgereifte, sehr vielschichtige Plattform, die natürlich für den Einzelkunden schwer beherrschbar ist und auch teuer, muss man einfach sagen. Bei uns bekommt er im Prinzip ein Kuchenstück, muss man ja sagen, also auch wieder so ein Stückchen Public Cloud-Prinzip, ein Kuchenstück von unserer Comvort-Umgebung. Und damit können wir dem Kunden eben diesem ganzen Thema Backup vollempfänglich helfen. Das beginnt schon bei On-Premise, das heißt, wir können auch On-Premise-Technologie sichern, das heißt also irgendwelche Server, die er in seinem eigenen Datacenter stehen hat. Das sind die Klassiker in der Cloud, also Azure, Office 365 und so weiter. Das sind auch Dinge, wo man im ersten Moment gar nicht dran denkt. Vielleicht ein Salesforce irgendwo in der Cloud, denn auch das ist letzten Endes Cloud. Aber wer jetzt sichert heute sein Salesforce-System? Die wenigsten. Und das kommt auch wieder zurück zum On-Premise, denn ich habe die Möglichkeit mit dem Comvort-System Daten aus der Cloud nach On-Premise zu sichern oder von On-Premise in die Cloud oder wie auch immer. Das heißt, ich habe dort im Prinzip alle Möglichkeiten, ohne dass ich mich darum kümmern muss. Das heißt, ich kann alles easygoing definieren, wie ich das haben will und dann gibt es da ein Betriebsteam, was sich darum kümmert, dass das passiert und ich bezahle im Prinzip nach Nutzung ganz günstig. Das heißt, Backup Simple ist auch wieder so ein Ding, wo man besser den Experten ruft? Ja, also natürlich kann man das auch selber versuchen, aber wie gesagt, teuer und kompliziert. Das ist genau das.